Hallöchen meine Bärchen und herzlich willkommen bei einem weiteren Part mit Deponia. So, wir sind jetzt bei dieser Gruselstation angekommen. Haben hier letztes Mal noch Kiessteine gesehen. Dann nehmen wir natürlich nur einen mit. Ist ja klar. Und jetzt probiere ich nochmal. Wir hatten ja einen Eimer bekommen. Komm hierher, komm hierher, komm hierher, komm hierher. Und wir holen uns jetzt Eimer und Tümpel. So, damit könnten wir eventuell das Musik nämlich sauber machen. Sehr schön. Vielleicht sogar mit der Seife. Mit der Seife. Sehr schön. Schau mich. Wisch, 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 wischmob. Okay. Und damit machen wir unser Mosaik sauber. Was auch immer uns das bringen soll. Wischmob, Wischmob, danke. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich das tue. Ich hoffe, die Geschichtsschreiber sparen diesen Teil aus. Oh, jetzt macht da auch noch alles kaputt. Ist zerbrochen. Na, so ein Jammer aber auch. Gibt's ja wohl nicht. Wir haben Mosaik gereinigt. Mosaik beleuchten. Ach, jetzt sind da wieder... Ah, das ist doch... Dieses Spiel macht mich kirre. Fahrstuhlcode finden. Mosaik beleuchten. Mosaik reinigen. Yay. Noch eine Nische. So, ich ein Zufall. Mosaik, danke. Ich brauche mehr Licht. Du bist aber auch immer einer... Ein Haufen Schrottkrabben in einem Stripschuppen. Da ist die Tanzstange. Da die Krabben. Und da die Cocktailsoße. Und hey, hey, hey. Hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Könnte aber auch etwas anderes sein. Ich brauche mehr Licht. Ah, du machst mich kirre. Das Einzige. Kann ich das vielleicht... Ah. Mob, Mob. Upsi. Ja, Upsi. Dull. Wozu verauss ist? Niemalschnavi sollen. Wozu verauss ist? Okay. Mob. Wenn ich an... Wenn ich anfange, meinen Kram mit jedem Steinchen zu benutzen, dann... Upsi. Upsi. Niemalschnavi sollen. Die Sardellen sind... Ich kann die sein. Gut. Oder eher weniger gut. Weil... Nicht gut. Und so. Wie machen wir denn jetzt eine Kerze, bitteschön? Haben wir hier irgendwas vergessen? Eine Uhr haben wir. Das haben wir. Zur Plattform können wir nicht hoch. Kriegen wir? Ja. Sehr schön. Öliger Mob. Ähm. Upsi. Ich geh über das Kopf. Stimmt. Om nom nom. Om nom nom nom. Gut. Jetzt haben wir einen öligen Mob. Ähm. Aber was nun? Den könnten wir ja quasi... Nehmen wir. Anzünden. Ich geh... Nein. Das wird dann doch nur glitschig und eklig. Ja, das ist ja der Sinn der Sache. Was machen wir denn mit dem... Mit der Zuckerwatte eigentlich noch? Das ist ja... Das ist ja alles ein bisschen... Wenn wir das machen, wird er dann wieder abgewaschen. Probier das lieber beim Tümpel. Das ist viel lustiger. Okay. Nein, nicht. Du wirst den Reaktor treffen und es kommt zu einer nuklearen Zeitschleife. Wie kann ich das verhindern? Gar nicht. Einer von uns beiden muss sich opfern. Okay, tschüss. Schnick, schnack, schnuck. Verdammt. Cool. Ähm... Äh... Äh... Was? Äh... Ähm... Ja. Ne? Das ist natürlich alles komplett... Normal. Das macht doch alles komplett Sinn. Und so. Irgendwie nicht. Was? Oh, ich bin verwirrt. Komme ich hier wirklich nur so weiter? Oh. Mann. Da war ja was. Nehmen, 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 nehmen. Schade. Schade. Gut, das klappt schon mal nicht. Äh, was könnte denn dann funktionieren? Nehmen, danke. Wer gern zu Haus mit Steinen wirft, sollte kein Glashaus mieten. Machst du's dann? Nein. Okay. Ja, ja, dann machst du's halt nicht. Kann, kann, kannst du das hier machen? Wer gern zu... Nein. Hm, das Geschoss habe ich. Fehlt nur noch die Schusswaffe. Oh, das gibt's doch nicht. Wozu veraus ist? Ja, 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 ja. Wenn ich anfange meinen... Wenn ich an... Wenn ich anfange meinen... Ah, jetzt braucht er auch noch eine Schusswaffe? Um zu... Um so einen dummen Stein zu schmeißen, oder was? Das gibt's doch nicht. Schmeiß doch diesen dummen Stein einfach durch die Gegend. Ah, warum macht er sich schwerer, als es sein muss? Ja gut, das mache ich auch immer, aber... Es macht ja irgendwie keinen Sinn, ne? Oh, das ist ja schrecklich. Schön, dass du das von da hinten nehmen kannst. Wenn ich anfange... Gut. Nimm, nimm... Wie wohl das? Vielleicht wasche... Wenn ich an... Wenn ich an... Aha. Lang sehr... Das gehört schon mal nicht. Das auch... Okay. Upsi, upsi... Wie wohl das? Damit macht er gar nichts? Oh, okay. Stimmt. Om nom. Wenn ich an... Wozu falls ist bereit? Ich... Ich bevorzuge Dynamik. Hallo, 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 danke. Wozu falls ist... Wenn ich an... Wenn ich anfange mein... Gut. Und die beiden passen auch nicht zusammen. Ähm... Das ist jetzt alles ein bisschen doof. Mosaic beleuchten. Aber ich weiß nicht, wie. Wir haben öligen Lappen, wir haben Stöcker, aber wir haben kein Feuer. Das ist irgendwie... Doof. Warte mal. Hier haben wir nicht zufälligerweise irgendwas vergessen oder sowas. Jetzt steht er... Jetzt steht er geschmackslos. Ja, ich weiß. Was, wenn ich quersummen bilde? Was, wenn ich qu... Wir haben gar nicht wettet. Gut. Ich hab keine Ahnung. Das ist irgendwie alles doof. Ähm... Ähm... Ja. Er fehlt ein Stück Sch... Ah, toll. Jetzt gibt er mir einen Hinweis oder was. Kaputte Mosaik reparieren. Ja. Ahahaha. Bist du lustig. Dafür brauche ich aber erst einmal Licht. Und das Licht habe ich noch nicht. Aber das macht er mir ja nicht. Weil er es nicht will. Dieses kleine, doofe Arsch. Öltank, Ölklappe. Öl haben wir ja schon. Können wir mit der Phosphorwatte da vielleicht auch nochmal rein? Stimmt. Zucker im Tank ist lustig. Aber dieser Fahrstuhl bringt mich vielleicht nach Elysium. Okay. Das will er nicht machen. Dann macht das halt nicht. Aber es bringt mir ja trotzdem alles nichts weiter. Ähm... Haben wir da vielleicht was vergessen? Nö. Sieht auch nicht so aus. Kurbel können wir nicht ran. Und das Lamm-Fanzer können wir auch nicht ran. Die können wir nirgends wo ran. Ich spare mich. Ja, ja, ja. Ich spare mich. 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 Oh, na. Rufus, du bringst mich zum Verzweifeln. Ganz ehrlich. Ich spare mich. Ja. Du bringst mich ganz ehrlich zum Verzweifeln. So stehe ich am Leben nicht. Können wir die kaputt machen? Wäre gern zu Haus mit Stand. Wäre gern zu... Ach ja, da war ja was. Da war ja was. Die Nische können wir nur zumachen. Wieder aufmachen. Wieder zumachen. Wieder aufmachen. Wieder zumachen. Das bringt mir aber alles nicht weiter. Haben wir hier irgendwas vergessen? Hier können wir nur die zwei Sachen machen. Poki. You style, you style, you style, you know nothing about you style, sang einmal ein berühmter deutscher Poet mit schlechtem amerikanischen Akzent nach seiner Begehung von Barcelona, was die Barcelona ebenfalls Bar-Felona aussprechen. Bar-Felona, nicht Bar-Felona, wie man vielleicht denken mag. Nach dieser kurzen Sprachlinien... Was? Ja, ich mag den Jugendstil in Gebäuden, in der Architektur und deswegen war meine Vorstellung, er hatte irgendwie so eine, der hat diese versunkene Stadtoptik. Ich meine, wir befinden uns hier in einem Gebäude, das von außen aussieht wie irgendwie so ein Bunker, so ein gestürzer von innen, es ist ein wunderschöner Jugendstil-Bahnhof und ja, das ist auf meinen Mist gewachsen, dieses Ungleichgewicht. You style. Das bringt uns aber nicht weiter, Pocky! Dieser Screen sieht jetzt noch so unbelebt aus, aber gerade deswegen möchte ich darüber reden, denn es ist eines der guten Beispiele für mein Bestreben, möglichst tatsächlich Orte auf sehr unterschiedliche Weise als Spieler kennenzulernen. Erstmal benutzt man einen Ort, eine Location, einen Screen auf eine Art und Weise und dann muss man später, kommt man nochmal zurück und benutzt ihn auf eine ganz andere Art und Weise noch einmal. Das finde ich irgendwie einen sehr spannenden Perspektivwechsel und ich darf leider überhaupt gar nicht so viel darüber verraten, aber ihr werdet euch wundern, wo man hier noch alles längs krabbeln und schlabenzeln kann. Ebenfalls zum Thema Perspektivwechsel. Hier musste ich einen kleinen Perspektivwechsel machen und zwar nochmal zurück zur dramaturgischen Sicht und weniger zur rein kosmetischen Sicht. Nämlich hier an dieser Stelle habe ich in einer willkürlichen Item-Objekt-Reaktion einen kleinen Sachverhalt vorweggenommen, dem ich später natürlich noch sehr intensiv spiele und zwar der Verdoppelung von Rufus. Hier gibt es nämlich tatsächlich ein kleines, man mag fast sagen, Easter Egg, dass Rufus, wenn er halt was versucht, in diesen Tümpel zu werfen, etwas sehr, sehr Absurdes passiert, wo ich sehr gelacht habe beim Schreiben. Ich hoffe, es macht einen Aussprache. Ja, das hat es auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, ob uns das in irgendeiner Weise weiterhilft. Ähm, das war schon klar, dass wir hier nochmal herkommen müssen, vor allem wegen diesen Sachen hier. Da kommen wir ja so nicht mal ran. Ähm, ja. Und ich kann diese Sache nicht mehr auf einen Klick annehmen. Hallo, danke. Nein, nicht. Du wirst den Reaktor treffen. Die kann ich gar nicht. Schnick. Verdammt. Ohm. Cool. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Äh, bringt uns aber leider nichts weiter. Mh, nein. Und wir gehen tiefer in den Bahnenhof hinein und je tiefer, wir kommen, desto weniger sehen wir, nein, desto mehr sehen wir, denn, ähm, hier haben die zukünftigen Elysianer bei ihrem Aufbruch nach eben Elysium tatsächlich noch ein architektonisches Kunstwerk hinterlassen, inklusive dieser schönen Mosaike. Wann die entstanden sind, weiß kein Mensch, aber es, äh, sind die Szenen des Aufbruchs nach Elysium, äh, tatsächlich dort schon abgebildet. Es scheint keinen Sinn zu machen, aber, ähm, man kann sich gut vorstellen, wie die zurückgelassenen Glasbläser und Tiffany, äh, Glas Kunsthandwerker, wie nennt man das, keine Ahnung, äh, dass die, äh, aus lauter Frust darüber, dass die nicht mitgenommen wurden nach Elysium, dass die hier, äh, diese Kunstwerke im Fensterglas hinterlassen haben und ihren ganzen Zorn über diesen, äh, empörenden Aufbruch und die nicht mitgenommen nach Elysium hier, äh, hinterlassen haben. Und so ist uns vergönnt als Spieler hier ein bisschen Hintergrundgeschichte über Deponia und eben auch Elysium aufzusammeln, nachdem man fein säuberlich die Mosaike geputzt und beleuchtet hat. Oh, jetzt habe ich das Ganze verraten. Nachdem man hier, äh, äh, fein säuberlich, äh, be-bie-p. Und natürlich musste ich mir sowas ausdenken, weil ich hatte keine Vorgeschichte ausformuliert, aber ein wichtiges, äh, Ritual auf Deponia ist scheinbar auch der Grill Donnerstag. Der Grill Donnerstag? Äh, haben wir hier zufälligerweise gerade Donnerstag? Grilldonnerstag. Gut. Das bringt uns jetzt aber ehrlich gesagt auch noch nicht weiter. Das, was wir geputzt haben, haben wir ja schon gemacht und beleuchten wussten wir jetzt auch schon. Äh, ja. Fahrstühle gehören eigentlich in jedes Medienprodukt. Und dann sind eine immer zutreffende Metapher. Das Leben ist ein Auf und Ab. Ein ständiges, äh, komm, ne, ne, Fahrstühle. Fahrstuhl. Ähm, ich wollte eine Fahrstuhlszene in Neptunia haben und deswegen habe ich schon mal vorsorglich einen Screen mit einem Fahrstuhl drin gescribbelt. Denn Fahrstuhlszenen sind einfach grundsätzlich überlegen, äh, gegenüber allen anderen möglichen, äh, Szenen in Filmen vor allen Dingen. Ich liebe zum Beispiel diese Fahrstuhlszene in Krieg der Sterne, also den richtigen ersten Krieg der Sterne, also Episode 4 heißt es heutzutage, eine neue Hoffnung. Wo sie halt falschrum im Fahrstuhl stehen und sich dann halt irgendwie erstmal wundern, ob die Tür nicht aufgeht und sie geht hinter ihnen auf. Äh, finde ich hervorragend. Oder eine andere meiner Lieblingsfahrstuhlszenen oder vielleicht die allerbeste aller Fahrstuhlszenen ist in, in, äh, Blues Brothers, wo sie da halt irgendwie, äh, mit dem Fahrstuhl hochfahren und draußen fährt die ganze Polizei auf und die stehen da einfach nur blöd rum und hören diese bescheuerte Fahrstuhlmusik. Äh, es gibt noch sehr, sehr viele andere Beispiele, die ich jetzt aber gar nicht aufzählen kann. Viel wichtiger ist doch, äh, 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 voll. Ähm, im Endeffekt ist die tatsächliche Fahrstuhlszene, äh, wie ich sie mir vorgestellt habe, im dritten Teil gelandet. Gar nicht hier im ersten. Aber der Fahrstuhl ist übrig geblieben. Und, ja, wir haben auch hier ein bisschen, äh, Spaß mit, mit Fahrstühlen. Äh, bislang habe ich noch keinen Spaß an Fahrstühlen. Ähm, aber dann wissen wir ja schon mal, wir sind immer noch im ersten Teil, yay, und mit, äh, Life is Strange bin ich fast, äh, fast vorbei, äh, fast rum, äh, ja. Die Polia kann ein sehr langwieriges, äh, Spiel werden. Das, äh, vor allem, wenn man nicht weiterkommt. Und Poki, du hilfst uns gerade nicht wirklich. Hier haben wir Poki schon gehört, und hier wird das garantiert zu laut sein, wie Poki. Das war aufregend. Nach dieser spannenden Mind-Pick-Hatz durch die Schrottminen de Polias, sind wir jetzt an der unteren Aufstiegsstation angekommen, und befinden uns hier im Candy-Shop des alten, verlassenen Bahnhof-Geländes. Oh, Goal ist wieder reichs. Toll, Rufus hat Goal auf, äh, ein Bett aus Rosen gebettet. Es war Rosenkohl. Rosenkohl! Ja, Rosenkohl, äh, bin ich wochenlang nicht mehr los geworden. Wie dem auch sei Rosen, Rosenkohl. Ähm, eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Äh, trotzdem ernähren wir uns hier natürlich dem, äh, spannenden Showdown, äh, des Spiels. So langsam. Ach echt? Und ich fand das tatsächlich inhaltlich immer ganz spannend zu sagen, dass dieser verlassene, äh, Jugendstil-Bahnhof, also wir haben halt irgendwie versucht, diesen ganzen Bahnhof so ein bisschen Art-Deko- und Jugendstil-mäßig zusammenzukleistern aus unterschiedlichen Komponenten, dass da halt auch Zuckerwatte mit Kalzone-Geschmack oder, ähm, ähm, Rosenkohl. Rosenkohl. Ähm, ja, oder aber auch Sardellen am St... Also, es gab, äh, diverse, äh, kulinarische Leckereien und, äh, so schlimm ist es, Rosenkohl ist gesund. Es ist eine schöne Sache, wenn ein Mann einer Frau Rosenkohl schenkt, dann, äh, ist das ein Zeichen von... Wir machen mal weiter. Ist das ein Zeichen wovon? Also, Cookie, das musst du uns nochmal ein bisschen erklären. Das machen wir aber alles nächste Folge. Danke. Äh, dann suchen wir am besten hier nochmal ein bisschen rum, probieren noch ein paar Sachen aus und, ja. Hm, haben ein bisschen was zu dieser Szene jetzt herausgefunden. Fand ich auch ganz okay mal. Äh, ich hoffe, nächste Folge wird das ein bisschen spannender wieder, ne? Gut, und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Habt noch eine schöne Woche und man sieht... Man sieht sich, man sieht sich, man sieht sich, man sieht sich. Tschüss!